Guten Morgen! Willkommen zu Tag 18 meiner 21-Tages-Challenge zu Vitamin Grün und Du Deine Beste Medizin. Die Meteorologen versprechen uns ja einen heißen Sommer und das Beste ist, geht mal zwischendurch in den Wald. Da ist es immer kühl, immer schattig. Wenn das mal nicht möglich ist, gibt es eine tolle Atemübung, die hilft die Körpertemperatur wieder zu senken und ein gutes Gefühl zu bekommen. Einfach mal ausprobieren. Mein Name ist Dieter Begel, ich bin Verleger und Geschäftsführer von Optimum Medien und Service GmbH und wünsche euch einen schönen Tag.